Hallo zusammen, ich bin Stefan. Heute schauen wir an, was unsere Pflanzen wachsen. Wie ihr seht, wachsen alle Tomaten nicht im herrfirmigen Boden, sondern in diesen Matten hinein. Diese Matten bestehen jetzt aus Kokosnutz. Wieso produziere ich meine Tomaten in Kokosmatten, wenn ich sie im Boden produzieren könnte? Das ist aus zwei Gründen. Der erste zum Beispiel ist, wenn ich jedes Jahr auf dem gleichen Wort auf Tomaten produziere, dann entstehen dort Bodenkrankheiten. Und die Kokosmatten kann man jedes Jahr wieder austauschen, und das heisst jedes Jahr wieder ein gesunder Boden. Ein weiterer Grund ist, dass die Kokosnuss ein enorm guter Wasser- und Luftspeichel ist. Wenn ich jetzt hier eine Handelnuss rein, ich zeige euch, was sie im Wasser hinein. Ist auch geartig. Wie so eine kleine Handflöhe, so viel Wasser kann speicheln. Diese Matten hat unten überall Löcher drin. Und das überschüssige Wasser, das die Matten nicht aufnehmen kann, läuft nachher hier raus und läuft hier drinnen. Was nachher aber mit diesem Wasser passiert, das erzähle ich euch anders mal. Tschau zusammen! ... ... ...